Oh, in der Mitte ist alles dort. Ja, die Schirm haben wir keine mehr. Was war denn das? Ich hab Speed gemacht, jetzt gehts ab. Achso, ich hab gemeint das komische Geräusch von einem Ziegelbock. Ich bin mir doch gar nicht sicher, ob das Sinn macht, so extrem aggressiv vorzugehen. Ja, die müssen eigentlich da an das Verteidigungsding und müssen alle durch... ... so irgendwo durch, ne? Könnten wir schon mal da zurückgehen. Ja, deshalb bin ich so, ich huck da jetzt einer her, dann bin ich tot. Bleiben wir unsers, bleiben wir unsers, bleiben wir unsers. Hm, klar, ja. Oh ja, dann tätigiert es da einer her, okay? Oh. Ah, ja. Haben sie dich schon? Eh, schon ist klar. Ja, der müsste eigentlich, der müsste hacken, ja. Jawohl, Goldmedaille in Heilung. Die hab ich schon mal. Oh. Kein Problem. Die End-Heil-Schlumpf mit dem Portal, die ist auch so sackunfair. Die, wo die Torres aufstellt. Die Symmetra. Die Symmetra. Irgendwie ist die ganze Supports dann so unfair irgendwie. Na, die sind da so... ...spiel auf gehobenem Niveau angeguckt und... ...die haben die gern geschnattert. Die müssen drinbleiben, die müssen drinbleiben. Ja, ich geh mal kurz draus. Ja, wir haben uns auch ekelhaft unterhaltenen Geschiss. Ja, das passiert halt beim meisten nicht. Punkt verloren. Oh, dann bleiben wir gleich da, he? Oh, ja. Dann werden wir da vorne weg, he? Das ist jetzt auch nicht. Schauen sie gleich. Ich kann mich ja auch dazu überretten, Lose, äh, die Bastion so nehmen. Okay. Überrette. Ja, überrette. Oh, da kommt der Drache. Ja, ahne meine Abstimmung. Ja, genau. Ich habe mich überretten. Ich habe mich überretten. Hm, nein. Nein, nein, nein. Oh, ah! Alter, der Hanso hackt wirklich, ne? Da war ich einfach einmal vorbeigeschossen und ich bin geplatzt. Oh, der Boy hat das mitsch verlassen. Schaden verstärkt. Ja, nur weil es so aussieht, dass wir verlieren. Dabei verlieren wir gar nicht. Hey, der war vom anderen Team hinaus. Achso. Na dann. Ne, der Quark! Was ist kapiert? Oh. Ei. Ich fiel. Mhm. Das ist ekelhaft. Mhm. Brrrr. Kommt wieder ein Sniper irgendwo? Ja, ein Sniper von links. Oh, ja. Oh, ja. Was? Nice. Du hast noch jemanden auf ihn umgegelassen. Geh mir doch mal. Geh zurück! Was? Ich. Welche... Ich... ... ... Ich... ... ... ... ... Reeper von rechts Oh, Reinhardt von links Reeper, oben rechts Ah, der hat sich repariert, oben links Over links, Reeper Oh, der platzt, ob der platzt, ja, der platzt Oh, nein Und jetzt Oh OMG Waffe, jetzt muss er den Boden an dem Rödeln Oh, versuch, versuch Direkt Nicht zu aggro, du hast nur noch so 1 HP, oh, das hab ich mir gedenkt Oh, Reeper von hinten, also links Morales wäre dort Reeper von links gleich Halt, das wäre dort Oh, Reinhardt, Reinhardt, oben Ah, ja Warte mal, da kommt er, links einer, please Ah, hallo Morales Oh, oh, reine, 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 da Links, 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 links Links, 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 links Danke, danke, Medic Alter. Oh shit. Ach du Scheiße. Oh, die, die, die auch gemacht war es. Wum. Highlight des Spiels. Wuh? Wow. Wow. Vielen Dank, wenn sie kommen. Ja, der Medica ist wieder tot. Oh. Ungesundheit. Jesus. Benno. Okay. Alles klar. Okay. 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 Ja, hallo. Guten Tag. Ich hab dich doch richtig gehört gerade. Ja, ja, ja. 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 Keine Unterstützungshelden. Pff, wann nicht probier ich mir so Highlighter aus? Oh, gut, was soll es denn? Eigentlich macht es, wenn wir Ahrgriff spielen, für Lucio am Anfang sind immer mehr Sinn. Echt? Echt? Ja, ein bisschen schneller da. Ach so. Hä? Bei Ahrgriff beha- ist doch das Ding direkt vor deiner Haustier. Ach, dann nehme ich halt die Mercy ist ja nackt, ne? Ja. 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 Hast du gerade den rollenden Busch da gesehen? Systemstatusbericht. Alle Werte im grünen Bereich. Ich bin einsatzbereit. Alle Hilfe, mach mal. Zeigen Sie. Alles, der geht einfach nicht kaputt, ne? Auf dem mit Randrum ballen wie ein Stier. Pasiert nichts. Ja, hallo. Guten Tag. Meine ultimative Fähigkeit lädt auf. Danke. Das gibt's doch nicht. Das ist unser Kälter. Danke. Das sind wir mit der Quetsche hier. Oh, da ist in der Donzer. Ja, also der der Weebad Funk schon noch. Jetzt müssten wir gleich schon alle tot sein. Sie haben dort ein Geschiss. Ja, die bauen gern Türmen. Geht's wer oder was? Du Scheiße, ey. Nein! Näääääääääääää D.O. Woh, blitz! Ah, Dodo! Ah, Dodo! Hey, die wär' daut. Ja. 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 Man lernt nie aus. Geht das Portal nicht kaputt? Wieso? Unsere Feinde haben einen Teleporter! Feindliches Geschützverhandel! Geht das Portal nicht kaputt, wenn man die Symmetra killt oder was? Nein, du musst das Portal extra killt. Oh, mich haben sie schon wieder. Die kleinen Haus. Die Stunde hat geschlagen. Komm, drei tot, jetzt geht's los. Handsome hast du bereit. Alter, der killt hast. Nicht an sie. Ich schweet wie ein Ochse. Alter, ich rutsche. Ohohohohohoho. Kann mehr Sinn. Scheibe. Aber net warte ich gerade. da Okay. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Vor mir kann sich nicht... Ach ja, schnell. Links steht Reba direkt. Okay, schon. Wir finden den Einsatz bereit. Okay. Nein! Weck sie! Weck sie! Noch 30 Sekunden! Wir laufen drei Schar durch. Ach komm! Die Stunde hat geschlagen. Die Stunde hat geschlagen. Die Stunde hat geschlagen. Niederlagen! Jaaa, wenn ich uns das Highlight-Video... Wann halt alles an. Ja, das ist nicht. Das sind zwei Wände schon. Highlight des Spiels. Ach du Scheiße. Wann halt mich aber nicht. Warum steht die jetzt da vorne irgendwie drin? Das macht keinen Sinn. Die Morales ist am Mitte drin. Das macht alles keinen Sinn. Büro? Oh nicht. So ist Büro. Oh, Verteidigung! Bodo, weißt du was das für ein Map ist? Beziehen Sie Verteidigungsstellung! Ja, probieren wir. Aber eigentlich verlieren wir jedes Spiel. Ja, das müssten wir verloren. Okay. Oh, das Wemob ist schon. Ah ja, gut, ne? Aber nicht. Ah, der Soldaner gerade. Dem vertraue ich. Der macht's. Gerechtigkeit vollstreckt sich jetzt von allein. Jetzt wird gefeed. Jo, ich will da gar nicht mal aufs Ecke gehen. Und der Rang wäre jetzt im Moment... 30 Sekunden erwartet. Ah ja, 3,30. Das ist kein Problem. Hey, Bruder, mach's nicht. Das hat sich ja nie gelegt. Was war denn dein Hegelstab? Wärst du das noch? In der 28? Oder in der Heer? Nein. Also Heer auf keine Frage. Aber in der 20er, gell? Also du warst auf jeden Fall schon in der 20er. Ich glaube, ich war wohl in der 20er. Ja. Racer Ben incoming. Drei, zwei, eins. Angreifer näher sehen. Ah ja, das ist ja... Ich hab mal an der El-Präsidente. Für Pyrotechnik. Kannibal. Und der Kerim Zarconi. Ich hab das nicht mehr gewundert. Oh, der Fannis. Was ist denn Ina-Sea? Guck mal an der Pred payments? War das nicht mehr wert? Sie hat ein Pferde-UNTERB. Guck mal an da. Mach. Was ist denn Ina-Sea? Die A-Blu. Ah ha. Racer. Fast. Wir haben jetzt fast Pc assessenen. Ich weiß nicht, ich brenne Glitter an. Oh, ich sehe dich. Ja, woher? Was ist die so picken? Alter, ich hab sie mit erwacht. Alle zum Pumpen! Streaming! Einmal Rüstung zum Mitnehmen! Das wär's gut, Ben! Ach so, ja gut, ich kann ja heilen. Warte, nein, ich heilen. Gut. Weil wenn du heiler spielst... Richtig. Oh, Hans und Murat, muss ich ETC spielen? Ich bin blass. Ich bin... Brauchen die, die brauchen schade. Wenn ich... Ball. Hat er? Oh du... Ja, doch, wenn sie das Ball nehmen, dann sind wir um Arsch. Und picket die dich wohl. Da geht nicht mehr. Oh, Hanna. Warte. Reinhard oben. Reinhard will chargen. Das ist ein bisschen luft. Bei irgendeinem Sick. Ja, nice. Hä? Reinhard oben. Hat sie mega gebannt? Der Bluff? Ja, Malph oder... Morales. Oder die... Pirate. Ja, auf jeden Fall, Morales. Weißt du? Äh... Malph oder Morales? Ja, einer für beide. Ich würde Malph nehmen, glaub ich. Bei Morales springt der Ding immer auf den Stuhl. Ja genau, das dachte ich mal grad. We need Specialist. Allee, pack ich sie. Oh, äh, ah ja. Okay, alles erwartet. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Das wäre mit den obersten Alpen. Die leben ihn, oder was? Hm. Schade. Was? Was eigentlich schon genommen, im Wesentlichen? Ich glaube zurück, was machen wir mit der Pfanne? Äh... Ein Geschütz wird geknallt. Ah... Gott sei Dank. Die Stunde hat geschlagen. Helden, sterbe nicht. Wir haben ihn, Hansi. Jo. Ja, Tag, hallo, Tag, hallo. Tag, Tag, hallo. Ja, guten Tag. Na, siegund, fahrt. Ja, guten Tag. Ey, siegund, fahrt. Was wird denn da geschnitten? Ach, das ist doch dieses... Überuhr, oder? Es hat nichts, ne? Ja, richtig. Ein Überuhr, den ich auch mal probiere. Hat da einer, äh, so eine Strahl dabei, oder was? Oh, nein, das spielt wie Enochs. Vielleicht hast du zufällig deine Strahle... Ich glaube, dass er strahlt am Start, ja. Ja, sehr gut. Gättest du mal die mit dem Eis probieren, oder was? Die, den ich mal probieren, ja. Oh, uns haben sie. Haben wir verloren. Ja, mhm, mhm, mhm. Oh, ich weiß schon, dass ich die mit dem Eishalz mal probieren. Ja, jetzt, erstes Mal. Ja, okay, ja, wo nicht. Das ist die Spiele, ja. Ja, ich stehe da oben bei der mit dem Eis, äh... Putzenheim, Adjoin-Game. Okay, ja, gut. Tempel of Anubis. Ich schätze. Ja. Hm, ja. Das war's. Ah ja. Sehr gut, sieht gut aus. Mal bauen sie auch. Also, Eich müssten sie eigentlich schon, ja. Gut. Sehr gut. Nerevani. Der macht so, zahle ich mit dem... Ja, sehr gut. Ja, wenn du da weggehst, dürftest du noch an, ja. Nein. Okay. Ja, okay. Hat er unendlich viel mehr. Ja, ist bei einer da. Wär schon das gemacht, ja. Hä? Ein links Maus da, Stefan nunner getrickt, und dann müsste es eigentlich... Okay. Kann man schon aufpassen, das ist eher so im Tristan-Seikraum, was der da macht. Ach so, klar! Jaaaa. 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 Ich müsste jetzt eigentlich... Gründe die Erl und die jetzt tot sind, ja. Nein. Oh, okay. Sie hat gar nicht mich geguckt, sie hat einfach nur abgedrückt. Das sind so Lackschweine, das kann nicht sinn. Ja, nice. Lack... Oh, Alter. Jaaaa. Misst jetzt normalerweise, jeden Moment misst die Heilung jetzt... Jawoll. Jaaa, bisher läuft's optimal. Okay. Freit, äh... Sehr gut. Freit, mhm. Unten kommt er noch, rechts, hinter uns. Ja, ja... Der... Der und der. Freit hat, ne? Oh, Servus. Ich hab was gewonnen. Oh, ich soll mal noch... Ah, der Tristan müssten Sachen, ja. Ah, gut. Ich bin dann jetzt da, ne? Wo bin ich dann? Wir hätten jetzt gewonnen, quasi. Hm, es sieht jetzt aus, als hätten wir jetzt verloren. Okay, äh... Oh, äh... Oh, okay. Ich war jetzt ein bisschen... Ja, das würde ich machen, Bruder. Danke. Ja, erlaub. Ja, das war einfach Wahnsinn, was der gemacht hat. Er war richtig gut, sag ich mal. Ja, doch. Dank ihm haben wir eigentlich ja das Spiel verloren, und das wollten wir ja. Hauptsache am Schluss verloren. Von mir als kann ich die mit dem Eis jetzt mal probieren. In der nächsten Stunde. Okay. Wenn euch das passt, dann tät ich mal so ein Eiswand, du Himmara. Malph kommt noch. Malph kommt noch. Ja, ja, ja. Malph, du bist der Malph. Äh, der... Mord den Mund. Dann müssten wir es eigentlich verloren. Malphu, help! Malphu, help! Wenig Offensive, okay. Ach so, Offensive hätte man dann keine Support. Okay. Okay. Ein Schuss, ein Treffen. Ich genieße die Ruhe, auch wenn sie nicht lange anhält. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Hey, Tristan! Guck mal, ganz kurz, wollen wir mal stehen? Oh, ne, es geht nicht. Oh, wunderbar. Wenn wir da raus wollen, machen wir das so Wonti, oder? Das ist eigentlich perfekt. Oh, jetzt brauche ich mich gerade holen. Jo, passt. Ja, jetzt gehen. Oh, wir haben mich, Hansen. Oh, pass auf, da sind hinter und durch die Strahler. Ein Mäu hält, hat ganzer Badab, wird schon mal uns nun mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Ordnung ist oder nicht. Das ist doch best schon oft. Gehen wir mich da drauf. Die ist tot. Oh, jetzt sind wir... Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, die Huhe, die Dreck ist. Die auch in den Busch, 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 die auch in den Busch. Überall in der Strahler, ey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kriegst du? Oh, okay. Jo, die hat Turrets doch hier vorher. Ein zweiter drin. Super. Blast. Oh, schön, drei Kills, wie. Achso. Heyo, komm bei der Kalala. Oh, sie ist wieder hoch und drauf. Perfekt. Die ist so unfair, die Alps. Das kann nicht sein. Turrets sind zehnmal schlimmer, als das vom Torpion. Hat er nicht gemacht. Doch, oder? Doch, oder? Oh, acht Reap auf Nina. Juu. Gut. Welter Turm kriege. Von mir kann sich niemand fern. Ah, er hat sich gleich repariert. Wasch nur.. Na? Na. Ja, schon muss keiner do. Ich kann nicht. Ja, den macht er in den Mittelfahrern. Ich kann nicht, dass du die ganze Zeit fahrbar über uns rumfliehst. Ja, den macht er in den Mittelfahrern. Das Team ist seltsamerweise schlau. Ja. Die sind abartig dumm. Das merkt keiner. Ich hab auf ner gerettet. Dann müssen wir ein bisschen rüssen. Ah, ist zu spät. Na, rennen kann man. Ich mache jetzt tot dir. Kann man rennen. Oh, da ist der Reaper, oder? Dann haben wir mit, weil, also da mach ich dann zu vorne und dann können wir einfach durchschlauern. Ja, dann machen wir das. Jetzt hat man nichts, ja, aber mach. Jetzt kommen wir mit. Oh, das ist sensationell. Ja, mach weiter so. Ja, das geht gut. Aus dir weg. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ja, jetzt tatsche ich das Geher, was du gerade ans Geräusch hast. Ja, das ist unserer oder der näher. Ja, das ist der näher. Das ist der näher, ja. Aber ich hab's nur ausgesperrt. Ja, jetzt müsste ich da an. Mhm. Jetzt könnte man da kaputt schlauern, einfach. Ja, der misst jetzt. Okay. Ja. Der Übel wird gesnipet. Danke. Wo ist er nicht? Oh, na, 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 na. Oh, da ist auch wieder so Strahldinger da, ne? Alter hat... Jo, es kann jetzt nichts mehr, so schnell kann die nicht schießen. Gehen weg nach, ich müsste stürzen. Was macht der Geld aus? What the fuck? Jaaaa! Er hat mich einfach mit M-Schuss gelatzt, obwohl sie einmal vorbei geschossen hat. Nice. No Hex, hier. Okay. Du siehst im Replay, dass er einfach einmal vorbei schießt. Ist das nah einfach? Jo. Jo. Was? Ja, ist das nah einfach. Wieso? Wieso? Ja, war gut. Ja, das war gut, war gut. Deswegen ist das ein Zeug. Hier ist das ein Zeug. Können wir abgärten jetzt? Ne, können wir nicht. Vor mir kann sich niemand verstecken. Oh, aber die könnte man auch killen. Dann könnte man abgeben. Ich bekomme immer, was ich will. Hat er alle Bock gehabt? Jawohl, sensationell. Wahnsinn, echt. Danke. Sorry. Oh, fuck. Ich hab die Wand aus Versehen vom Hinamen hochgezogen. Na gut. Hol' ich halt einfach. Oh, dann kommen wir. Kinamiya wäre dann Reaper. Ich hab sie sehr fair. Ops. Jetzt bin weh. Eine todsichere Infektion. Sniper oben drauf. Ja, dann müsst ihr dort sein. Hier oben schon. Jetzt ist dann noch die auch nach oben. Das kann man jetzt sehen, ey. Gelder, es ist ziemlich tot. Das ist neu bewertet. Schöne. Gelder steht lebe. Oh. Über uns, über uns. Reap offen links. Guck mal, die Misten halten. Sehr gut, sehr gut. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Jawoll. Über uns, über uns irgendwo. Versuch, da ist die Anna fast. Ja, über uns, über uns. Gehen wir da irgendwo hin. Gehen wir da irgendwo hin. Zurück, ne? Warten auf Dresch. Wir holen's gerade. Ok, Spielantreff. Wir rennen so lange nur. Jo, ok. Park. Sehr fair. Muss ich schon sagen. Neee. Das ist, äh, Batsch auf der Schnelle gewesen. Denk ich mal. Das war Batsch auf der Schnelle. Wahrscheinlich, ja. Da zum alten hin. Ja, ein bisschen am Zonen, aber der... Links, 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 links. Tog irgendwie... Oh, roto, oben links. Oben links. Oben links. Jetzt rechts, kommt er runter. Ah. Ja. Ja, nenn. Ah. Enden wir noch. Oh, der ist überlebt. Komm nicht. Sehr gut. Dann Racer. Haube ich im 2-Moden-Schwerten. Ich hab's in der Staffel. Du hast mich doch klar getrickt. Oh, ja. Der Wexer. Lass mich noch nirgends sehen. Ja, aber mit keiner abgeben. Lass einfach abgeben. Er hat er schon gemacht, er hat er schon gemacht. Jetzt haben wir genug zum abgeben. Oh, schon wieder von mir. Das geht's doch nicht. Komm ruhig her. Könnte der Arsch, du Wixer. Komm guck. Hoppla. Das war verrückt da wieder. Oh, nee. Oh, nee. Das war verrückt da wieder. Oh, nee. Das war verrückt. Oh, nee. Das war verrückt. Oh, nee. Das war verrückt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Die Dreibe. Die Dreibe hat uns umgelötet, oder? Doch, ist der gar nicht da. Ja, hat nur mich gelassen. Hat extra nur sich gelötet. Gelötet, gelötet. Oh, wo kommt der her? Ah, hinter uns, ja. Ah, hinter uns. Junkrat, ja. Ja, letzter Angriff, dann haben wir's verloren. Okay. Ja. An der Dreibe. Sorry. Oh, mech. Rätzen. Over, 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 over. Überm GYP. Achtung, GYP. Ich glaube ich haben wir noch nicht. Das heißt, wir pushen uns. Nein, nein. Nein, nein. Jetzt wird's offen. Ja, das ist doch tot. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ah, scheiße. Jo, wer eliminatet. Was noch, was noch wenn sein muss. Der will noch viele. Jo, ist alles ohne drin. Ja. Ja, denke ich auch. Hat er in dem Moment gerade eine Ulti gekriegt. Er hat 81. Jetzt schießt er einfach nicht. 92. Bam, bam. Und. Jo. Der hätte einfach so hart verloren gehabt und. Uah. Uig. Ach, dieser Putzenheimer. Sensationell. Das ist ja Sensationell. Das ist Wahnsinn. Komm, renne weg. Wir haben das. Renne weg. Einfach renne weg. Das ist. Oder geh ich gerade. Das ist wirklich verrückt. Wohin? Wohin denn jetzt? Oh ja, geh ich jetzt gerade. Oder was? Wohin denn jetzt eh? Oh ja. Wenn du unbedingt will, ich geh. Ja, nein. Will ich noch? Ja, ich war red. Und. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.